Corona-App gestartet, Durchbruch bei Akkus und besser ohne Nummernblock. Nach einer Entwicklungszeit von etwa sechs Wochen ist die Corona-Warn-App der Bundesregierung am Dienstag gestartet worden. Die App soll die Nachverfolgung von Infektionsketten in der Coronavirus-Pandemie erleichtern. Dazu tauschen Smartphones untereinander per Bluetooth zufällige IDs aus. Diese werden täglich mit den IDs von Infizierten verglichen. Bei der Kontaktabschätzung zwischen Personen liegt die Fehlerquote bei etwa 20 Prozent. Trotz dieser Einschränkungen erhofft sich die Regierung einen Effekt bei der Bekämpfung der Pandemie. In den ersten drei Tagen wurde die App für Android und iOS fast acht Millionen Mal heruntergeladen. Seit Jahren arbeiten Labore auf der ganzen Welt daran, Lithium in Lithium-Ionen-Akkus durch einfaches Natrium aus Speisesalz zu ersetzen. Inzwischen ist der Durchbruch geschafft. In früheren Versuchen wurden Natrium-Ionen-Akkus nach wenigen Ladezyklen zerstört. Aber seit einigen Monaten liefern Prototypen auf der ganzen Welt praxistaugliche Leistungen nach Hunderten oder Tausenden Ladezyklen. Zuletzt zeigten Prototypen aus Korea und den USA etwa 500 Ladezyklen. Im vergangenen Jahr schaffte ein chinesischer Akku mit etwas weniger Kapazität sogar über 1000. Die Ergebnisse sind inzwischen so gut wie Lithium-Ionen-Akkus aus dem Jahr 2000. Dabei kommen sie sogar ohne Kobalt aus. An noch besseren Natrium-Ionen-Akkus wird gearbeitet, aber schon jetzt sind leistungsfähige Akkus ohne seltene Rohstoffe Realität. Im golem.de-Test sind wir von Logitechs mechanischer Tastatur G915 TKL überzeugt. Das liegt an den sehr guten Tasten mit flachem und leisem Anschlag und den damit verbundenen ergonomisch angenehmen Tastenkappen. Die Tastatur ist zudem vielseitig einsetzbar und lässt sich per 2,4 GHz Bluetooth oder Kabel betreiben. Der fehlende Nummernblock macht die Tastatur kompakt und für die Couch und unterwegs perfekt. Weniger gut? Die fragilen Sockel der Tasten, die unübersichtliche Software und der hohe Preis. Lego-Fans können sich auf das erste Mindstorms-Set seit sieben Jahren freuen. Robot Inventor bietet Sensoren, Motoren und die Möglichkeit zum Programmieren für viele verschiedene Roboter. Ganz preiswert wird das Set aber nicht sein. Das gilt auch für Lego Super Mario, das den Klempner und viele andere Charaktere des Nintendo-Klassikers in Klötzchenform bringt. Die Sets sind teilweise mit elektronischen Sensoren versehen und ermöglichen so diverse Geräusche und Modi aus dem Originalspiel. Mit Sichtkontakt zu einer hängenden LED-Lampe ist einer Forschungsgruppe gelungen, einen Raum aus 25 Metern Entfernung abzuhören. Auf der Glasoberfläche entstehen durch Sprache oder Musik Vibrationen. Diese führen wiederum zu einem geringfügigen Flackern des Lichts. Das konnten die Forscher aufnehmen und in Echtzeit in Ton umwandeln. Amazons Eco-Auto ist in Deutschland angekommen. Damit lässt sich Alexa unterwegs nutzen. Es braucht ein Smartphone, weil für alle Alexa-Funktionen die mobile Internetverbindung verwendet wird. Eco-Auto gibt es für 60 Euro bei Amazon. Der Autovermieter Sixt startet ein Auto-Abo mit monatlicher Kündigungsfrist. Das preisgünstigste Auto kostet 350 Euro. Es können nur Wagenklassen gebucht werden, aber kein bestimmtes Automodell. In einem laufenden Abo ist kein Wechsel in eine andere Wagenklasse vorgesehen. Der Videokonferenzanbieter Zoom will nun doch eine durchgängige Verschlüsselung für alle anbieten. Anfangs sollte diese nur zahlender Kundschaft vorbehalten bleiben. Standardmäßig aktiv soll die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung jedoch weiterhin nicht sein. Intel hat Server-CPUs mit 28 Kernen vorgestellt. Die Cooper Lake SP unterstützen das BF16-Format für künstliche Intelligenz, was Training und Inferencing doppelt so schnell macht. Passend dazu gibt es mit Barlow Pass die zweite Generation an persistentem Arbeitsspeicher, der 25% flotter arbeitet. Tesla baut seit Mai wieder Elektroautos. Doch richtig rund läuft es nicht mit dem Model Y. Es gibt viele Beschwerden unter anderem über beschädigte Polster, minderwertige Lackierarbeiten oder nicht richtig montierte Teile. Die Mängel sind im Netz dokumentiert. Käufer haben ihre Autos deswegen zurückgegeben oder gar nicht erst angenommen. Die Ermittlungsbehörden erhalten künftig besseren Datenzugriff zur Ermittlung von Verdächtigen. Plattformen wie Facebook und Twitter müssen Daten wie IP-Adressen und Portnummern der Nutzer direkt an das Bundeskriminalamt übermitteln, wenn sie offensichtlich rechtswidrige Beiträge gelöscht haben. Zudem müssen Internetdienste bei schweren Delikten die Passwörter von Verdächtigen herausgeben. Das war's vom golem.de-Wochenrückblick. Bis zum nächsten Mal.